Sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen Sie zu unserer Fahrt in der RB72 Ostwestfalenbahn nach Paderborn. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. In Kürze erreichen wir Bad Salzuflen, Ausstieg in Fahrtrichtung links. In Kürze erreichen wir Schöttmar, Ausstieg in Fahrtrichtung links. In Kürze erreichen wir Sülbach, Ausstieg in Fahrtrichtung links. In Kürze erreichen wir Lage, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. In Kürze erreichen wir Detmold, Ausstieg in Fahrtrichtung links. In Kürze erreichen wir Orn-Bad-Meinberg, Ausstieg in Fahrtrichtung links. In Kürze erreichen wir Leopoldstal, Ausstieg in Fahrtrichtung links. In Kürze erreichen wir Altenbeken. Sie haben Anschluss an die RB84 Richtung Krajensen, die RB85 Richtung Göttingen, die RB89 Richtung Münster, die S5 Richtung Hannover sowie an den Fernverkehr. Bitte beachten Sie die Ansagen und Aushänge in Altenbeken. Ausstieg in Fahrtrichtung links. In Kürze erreichen wir Altenbeken. Sie haben... In Kürze erreichen wir Paderborn Hauptbahnhof. Sie haben Anschluss an den RE1 Richtung Aachen, die RB74 Richtung Bielefeld, die RB84 Richtung Krajensen, die RB85 Richtung Göttingen, die RB89 Richtung Münster und Warburg, die S1 Richtung Hannover sowie an den Fernverkehr. Bitte beachten Sie die Ansagen und Aushänge in Paderborn. Dieser Zug endet hier. Sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen Sie zu unserer Fahrt in der RB72 Ostwestfalenbahn nach Herford. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. In Kürze erreichen wir Altenbeken. Sie haben Anschluss an die RB84 Richtung Krajensen, die RB85 Richtung Göttingen, die RB89 Richtung Münster, die S5 Richtung Hannover sowie an den Fernverkehr. Bitte beachten Sie die Ansagen und Aushänge in Altenbeken. Ausstieg in Fahrtrichtung links. In Kürze erreichen wir Herford. Dieser Zug endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen und bedanken uns für ihre Fahrt mit der Eurobahn. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ausstieg in Fahrtrichtung. Ausstieg in Fahrtrichtung. Ausstieg in Fahrtrichtung. Ausstieg in Fahrtrichtung. Ausstieg in Fahrtrichtung.